moin moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal zu einer weiteren folge blasphemous für die switch ja viel weiter bin ich gekommen beim letzten mal so ja gehen das ganze noch mal an man ich wollte kein leben das gibt es doch gar nicht ein power move hier gut noch noch das leben nehmen bescheuert ja blocken beherrsch ich langsam so ganz ganz ok oh wo ist die blöde Tante da noch zwei ne mh nein oh die ist rückwärts ab und zu das ist so blöde oh das ist der Ernst das ist echt ärgerlich oh der hätte mich nicht treffen müssen oh man boah das ist echt ach das muss doch was schaffbar sein oder gut kann ich mich auch irgendwie nur runde hängen ach man das ist doch scheiße das ist echt bei man holen ja 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 Okay. Ach ja. 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 Ach. 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 Ach ja. Ach. Ach ja. 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 Dann komm doch runter jetzt, ne? Ha, guck mal. Was ist das? Stirnbein von Martinus, dem Seilmacher. Der Handwerker Martinus Hanfja wurde zu Unrecht beschuldigt, berüchtige Seile herzustellen. Zur Strafe hängte man ihn an seinem Produkt auf. So bewies er seine Unschuld. Haha, toll. Sünde. Warte. So bewies er seine Unschuld ist auch fies, ne? So. Hier können wir auch runter jetzt. Können wir da runter? Na, da hübschen die beiden. Okay, der Nebel hilft uns auf jeden Fall hier jetzt nicht. Oh nein. Hat sie mich erwischt, die nur Benutte. Oh. Shit. Jetzt will ich gerade einmal leben. Oh ey, ich stand doch in die Richtung. Ach man. Blöde Nutte ey. Ja. Ja. Wo geht's hier rein? Da waren wir glaube ich schon mal drin, oder? Schon. Okay, hier waren wir schon. Oh ich. Ich bin ja auch hier weiter runter, wie man sieht. Ne. Oh. Shit. Boah, hier unten kommt man auch irgendwie. Ach guck mal, da kann ich jetzt. Da könnte man normalerweise, könnte ich ja nicht längs. Das machen wir jetzt mal. Wollen wir mal kurz. Gehen wir hier einfach mal rein. Ein Kelch. Bitte gib mir Leben. Wollt ihr euch mit Öl der Pilger salben? Ach, salb mich mal. Ah, guck dir das an. Maximale Inbrunst wurde erhöht. Perfekt. Sehr gut für uns, sehr gut für uns. So, ich würde sagen, ob hier machen wir noch eine kleine Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Musik Vielen Dank.